Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 3. Ja, gestern kam ja keine Folge, darum heute vielleicht 20 Minuten Part oder sowas, ich weiß nicht, vielleicht aber auch nicht. Ich habe noch keine Ahnung wie lange ich heute aufnehme, aber ich versuche mal mehr als nur eine Folge aufzunehmen. Und ja, damit ich auch ein bisschen Polster habe, so ein paar Folgen Polster, vier, fünf Folgen. Folgen Polster wäre schon cool. Einfach damit ich nicht irgendwann mal sage, so, heute wieder kein Video. Wo bin ich denn hier? Wo komme ich denn hier hin? Von da oben, okay. Ich habe gesagt, dass ich irgendwas machen wollte, habe ich vergessen, was ich machen wollte. Letzte Part habe ich gesagt, ich wollte irgendwas machen. Aber was es war, keine Ahnung, vergessen. Vielleicht mal eine neue Texturpack holen. Wäre vielleicht gar nicht mal so übel, aber noch habe ich kein Bedürfnis, es zu holen. Ich finde normalen Minecraft Texturpack auch nicht so schlecht. Scheißgeleit. Die haben auch mal so eine Aim drauf, ey. Wenn ich so einen Aim drauf hätte, boah, hätte ich alle auseinander gefickt. Bei Battlefield und so. Aber leider habe ich es ja nicht. Kohle ist auch mal gut. Oh, und jetzt kommt hier auch noch Wasser runter. Ist ja schön. Alter, leider hoch. Dann sollte das auch wieder weggehen. Synchron Punkte wäre nicht schlecht, aber ich habe es wieder vergessen. Von daher. So. Ich hoffe mal, ich erinnere mich wieder dran. Dass es hier passiert ist. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es mal wieder minimal unsynchron. Aber dann kann ich ja nichts für. Doch, kann ich wohl. Ich trottel. Um den Drache zu besiegen, bräuchte ich mehr Diamanten. Mit jedem, da sind wir hier überhaupt. 52, Alter. Was mache ich denn hier? Achso, ja stimmt. Ich habe ja letztens erkundet und dann bin ich hier irgendwo reingegangen, um eine Höhle zu erkunden. Und dann, ja. Vielleicht sollte ich mal wieder meinen gehen. Ach, vielleicht ja stimmt. Ich wollte strikt, strak nach oben graben, ne. Genau das war es, was ich machen wollte. Ba-dam, ba-dam. Ich werde nicht sterben. Yay. Ich bin nicht gestorben. Das ist auch mal was Schönes. Und ich glaube, ich wollte mir die Koordinaten merken, dort wo ich mein Haus habe, oder? Das Problem ist nämlich jetzt, dass ich nicht weiß, wo ich hingehen muss. Aber naja, das wird schon, das wird schon. Hatte ich keinen Feuerstein dabei? Hm, keine Ahnung. Dann halt nicht. Burn, bitch. Ey. Ey. Wo? Stirb. Ist vielleicht dann auch schon mal gekocht. Dann müssen wir nicht mehr Kohle und so verschwenden. Die Frage ist natürlich immer noch, wo komme ich her? Wo lebe ich? Was bin ich? Wer bin ich? Und so weiter und so fort. Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Die. Boah, das hier braucht ganz schön viel Hunger. Ich hoffe mal, wir haben zu Hause noch mehr Fleisch. Hammer, glaube ich, auch, ne. Müsste. Müsste. Hm, mein Mann. Oh, hier ist ja wieder ein Riss. Interessante. Interessante. Jo. Wird schon passen. Meine Mom ist gerade wieder gekommen. Ich dachte, die wollte nach Bonn gehen. Keine Ahnung. Ich habe gehofft, dass sie nach Bonn geht. Und die hat es eigentlich auch schon gesagt. Also, ich wohne ja nicht direkt in Bonn. Bonn City. Ich wohne ein bisschen außerhalb. Das ist auch gut so. Obwohl es auch Vor- und Nachteile hat. Ich meine, ich würde neben dem Leben gerne Köln-City wohnen. Da ist ja so viel Stress und so, Alter. Obwohl es doch Vorteile haben wird. Zum Beispiel halt schnelle, erreichbare, größere Sachen und so. Ich finde, Verkehr von Köln oder in Köln ist ja absoluter Bullshit. Die Straßen sind total unübersichtlich, überall Baustellen und so, ne. Also, selbst mit Navi kommt man da kaum durch wegen den ganzen Baustellen. Meine Mom, kurz mute. Okay, bin wieder zurück. Ja, ja. Das war meine Mom, falls ihr das gehört habt. Die hat gesagt, die geht jetzt. Yay! Sturmfreie Bude und was mache ich? Zocken! Jetzt konnte ich was sagen, aber das wäre jetzt too much. Too much, too much, too much. Falls ihr wisst, oder falls ihr denkt, dass ich was sagen wollte, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Dafür sind die Kommentare da. Ist nicht unbedingt 100%ig jugendfrei. Das ist schrecklich, so was, wa? Augenkrebs. Das würde mich voll kirre machen, wenn ich sowas sehen würde. Ja, das ist hier normale Grasfläche. Da ist Wüste. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Mit dem Dschungel nebenan. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut aussieht das. Sehr, sehr gut aussieht das. Sehr, sehr gut aussieht das. Boom. Na, da müsste ich irgendwo wohnen. Und da müsste auch irgendwo mein Stripmine-Loch sein, oder so. Gripmine. Yeah. Boom. Alter. Zoom. Ah, FS554. Effizient 4 ist schon geil, wa? Das heißt auch, ich mach's wieder mal Englisch, ey. Sprache. Welche Englisch war das denn? Australisch-Englisch? Englisch-Englisch? Ich glaub, das ist gut. Ja. Jetzt ist auch wieder Efficiency, Unbreakable und Fortune. 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 Yeah. Beste Magie am Land, oder sowas. Das ist schneller als Dinge, als, äh, als Creative-Mode. Zoom. 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 Alter, ich liebe es. Bam, 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 ich liebe es. Zoom. Wir müssen mal jetzt damit im Nether gehen, Alter, wie schnell das abgebaut ist. Das ist echt, boah, kranker Scheiß, muss ich sagen. Und beispielsweise schon... Soll ich jetzt schon meinen gehen? Ich hab eh... Na, ich bring die Sachen noch kurz zurück. Damit ich auch genug Platz habe. Und vielleicht schlachte ich auch bald wieder ein paar Kühe. Damit die hier schön wieder Fleisch droppen und so, ne? Ja. Ach, die Hühnchen. Äh, die Hühner sind immer noch nicht erwachsen. Gold. Chicken. Steak. Eisen. Eisen packen wir da mal hier rein. Vielleicht da rein, beziehungsweise erstmal so. Äh, dann da rein. Brauchen wir auch noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht. Kann alles weg. Weg, weg, weg. So. Was ich brauche ist... Wackeln. Und Steak. Oh, da hab ich viel Steak. Hier, bam. Und bam. Ähm, mhm, mhm. Das sind ein... So, 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 so. Damit es schon auch schneller geht. So. Und jetzt gehen wir meinen. Aber zuerst bastle ich mir noch ein paar... Eisenwerkzeuge. Ey, nicht abhaken. Eisenwerkzeuge. Bam, 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 bam. Obwohl ich jetzt noch gerne Spitzhacke. Scheiß auf Schaufel, ey. So. Und dann war's das auch schon. Damit könnte ich auch viel schneller Baum abholzen, oder? Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Beispiel die hier. Ja, das geht durchaus schneller. Als mit so'n Eisen... Hals... Dingens da. Eisen... Axt. Ja, kann man behaupten. Und auch mit Unbreakable 3. Alter, das... Alter, das ist mega fett, ey. Was will ich denn als nächstes verzaubern? Äh... Panzer... Rung... Dingens scheiße. Rüstung. Wär schon cool. Ja, ich glaub das manchmal als nächstes. Schwertbogen. Bogen müsste ich auch auf Level 3 springen, weil Drache besiege ich hauptsächlich damit Bogen. Ähm... Weil, ne... schön abhauen können. Und wenn man den halbminten Bogen anschießt, fliegt er auch wieder zurück. Ist durchaus sehr, sehr praktisch. So. Ich hab auch nur ein halbkaputtes Schwert. Ist auch nicht mehr so ideal. Das ist auf Ebene 11. Also beste Ebene, meiner Meinung nach. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ungefähr 11 sollte pascheln. Äh... So viel Steak brauche ich nicht. Vielleicht mal so. Jep. Hm... 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 Mit einem Fackel, damit es auch immer schön hell ist. Ja, ein bisschen zu viele Fackeln sogar fast. Aber dennoch. Dann könnt ihr auch alles gut erkennen. Es ist ja auch extrem wichtig zu sehen, wie man Steine abbaut. So einfach ist das nämlich nicht, wie es aussieht. Ihr müsst denken, nach zwei Stunden abbauen, kriegt ihr bestimmt voll die fetten Muskelkatern. Das ist echt schlimm. Sowas ist nicht ganz einfach hier. Besonders nicht, wie es aussieht. Oh, da ist irgendwas. Meine andere Mine. Äh, meine andere... Wow! Düm, 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 düm. Zack, 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 zack. Und tot. Bin ich ein kleiner Misa? Misa, was weiß ich? Wie? Alter! Alter! Wo kommst du denn her? So. Dann war es das hier dann schon. Hm, das heißt, wir planten... Hier eine Fackel. Da ist da lang geht es nicht mehr weiter. Sozusagen. Wieso plante ich das ab? Plente das ab? Wieso mache ich das denn ab? Meinte ich natürlich. Ja. Immer schön weiter und weiter und weiter. Und jetzt wird es wieder ein bisschen dunkler. Darum wieder eine Fackel planten. Und dann weiter und weiter und weiter. Ich wollte ja Musik reinbringen, ne? Aber ich habe leider jetzt bis jetzt nur zwei gedownloadet von Incompetech. Ich habe ja auch gesagt, dass ich es vielleicht erst ab Folge 20 mache. Das ist alles so kleines Special. Jetzt verbessere ich mich. Ich habe 20 Folgen Minecraft gemacht. Ab jetzt wird es besser mit Musik und so. So nach dem Motto, ne? Auf einmal spätestens in Folge 20 werde ich Musik haben. Ich habe bis jetzt nur zwei gute gefunden, die ich total gerne mag. Und habe die runtergeladen. Alles von Incompetech, damit es auch keine Urheberrechte hat. Aber YouTube macht das auch gerne mal trotz Incompetech, dass sie das sperren oder sowas. Ich muss mal schauen, was da YouTube dazu sagt. Ne? Falls es nicht klappen sollte, tut es mir leid mit Musik und so. Äh, Options. Hier ist ja Sound alles voll. Sollte eigentlich in Ordnung sein. Also, ne? Und dann geht es hier lang weiter. Wir sind schon so gut wie Level 30. Das ist ja sehr, sehr schön, denn gleich brauche ich mir einen Brustpanzer und hoffe mal auf eine gute Verzauberung. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich Scheißverzauberung kriege, da ich meistens immer Glück und dann Pech und dann Glück und dann Pech habe. Aber naja, wir können ja hoffen. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Da ist Redstone. Gibt auch schöne Erfahrung. Und wir sind schon Level 30. Wenn das nicht wunderbar ist, dann weiß ich auch nicht. Hier weiter, grabbeln, grabbeln, weggrabbeln. Wir könnten sogar fast auf Level... Ne, Level 30 reicht mir erstmal. Ich glaube, ich gehe jetzt auch direkt in Schanden, weil je höher mein Level ist, je du langsamer... ...je du langsamer levelt man, also je du mehr Erfahrungspünktchen braucht man. Darum gehe ich jetzt auch erstmal zurück. Und stelle mal ein Mikro-Amszen her zu mir und wir sind dann weiter von der Tour weg. Ich weiß ja, wie laut das ist, wenn man die ganze Zeit auf den Tassen drauf hämmert. So. So. Kurz warten. Da ist fertig, da ist fertig. Ich glaube, ich bringe mal hier gleich drei Schilder mit oder so und schreibe da drauf, äh, Ausgang oder sowas. Weil ich hab's nicht so mit Orientierung. Wenn ich irgendwann mal wirklich nicht mehr zurückfinde, werde ich einfach strikt nach oben graben und irgendwann mal rauskommen. Ja, ja. So ist das bei mir. Oh, so laufe ich ja falsch rum, ne? Könnte zumindest. Ich höre eine Spinne. Da ist es ja auch schon. Und tot. Skelett mit einem Schwert. Machen die mehr Schaden? Halbiges Herz, also ich glaub nicht. Es gibt hier jetzt auch Kartoffeln und Dingens, nur Möhren. Aber die sind eigentlich relativ unnötig. Auch wenn die eigentlich so gesehen recht gut sind, aber ich brauch die irgendwie nicht. Ich hab's nicht nötig. Sozusagen. Äh, wieder zehn Eisen. Machen wir rein. Auch wenn das eigentlich Verschwendung von Kohle ist. Äh, was wollte ich machen? Genau. Davon brauche ich dann nein. Und dann brauchen wir uns ne Rüstung. Ach, nur acht. Stimmt ja. Nur acht. Nur acht Diamanten. So, dann hoffen, mach's mal. Hoffen, hoffen, hoffen. Kein Kuiper. Kein Kuiper. So. So. Und. Warte, ich kann eigentlich das hier machen. Miau, 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 miau. Waah. Bläh, 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 bläh. Und wir holen das. Protection 3. Ist nicht schlecht. Protection ist immer gut. Auch wenn es nicht das Beste ist. Also man hätte mehr Glück haben können, glaub ich. Aber schon nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Joah. Das packen wir auch noch hier rein. 220 Steaks brauchen wir bestimmt nicht. Ist hier oben nicht auch noch. Ja, hier oben ist auch noch Steak. Wir haben zu viel von den ganzen Zeugs hier. Wo ist ein Weizen von mir? Mehr hab ich nicht, oder was? Scheinbar nicht. Äh, wir werden jetzt schlafen. Schlafen. Yay. Sehr schön. Aufwachen. Und, ja. Gehen wir weiter, mein, oder? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaub, wir töten jetzt ein paar Skelette. Ey. Stirb. So, er ist ja schon mal tot. Da ist ein Zombie. Ey. Ja, super. Ich hab's echt drauf, du. Ich hab's echt drauf. Meine Fälle immer wieder zu zerstören. Ich weiß doch nicht, wie ich das schaffe. Ich schaff's immer wieder. Gibt's echt nicht, ey. Zum Glück haben wir da drüben ja ein größeres Feld. Tack, tack. Und fertige Weizen sammeln wir natürlich auch noch ein. Weil ich einen Texturpacks von den anderen total scheiße finde. Also, bei den meisten zumindest, die ich kenne. Die Weizen, äh, Fortstritte sieht man um sie nicht so gut. Das find ich eigentlich recht schade. Die sehen bei letzter Stufe und vorletzter Stufe relativ gleich aus. Also, ne. Finde ich irgendwie ein bisschen schlecht. Der fällt da drauf, der fällt da drauf. Und dann soll's auch in Ordnung sein. Obwohl, naja. Ist ja auch egal. Hier. Da sind wir mal zwei, drei, vier. Letztendlich essen haben wir so gesehen genug. Allein durch die Melonen hier, ey. Ist ja schon viel, zu viel, zu viel. So. Und da drüben.